Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bitte, Andy. Wo ist mein SIM-Card, Andy? Was hast du gemacht mit die Fenster? Das Glas ist verstärkt. Wenn du versuchst, sie kaputt zu machen, muss ich Bretter vornageln. Die Stühle habe ich gerade erst gekauft. Was ist das, ja? Du musst es lassen. Andy, was ist passiert? Was ist passiert? Du hättest nach Dresden fahren können. Du hast gesagt, du willst bleiben. Wir hatten Sex. Menschen, Menschen sagen mir Sachen in bed. Aber, aber das bedeutet nicht immer so viel. Geht ihr Pesto? Magst du Pesto? Wie kann ich meine Kette bekommen? Up in the fucking door! Wie hast du mich gewehrt? Andy. Claire. Nice to meet you. Warum bist du nach Berlin gekommen? Alle haben immer gesprochen von Life Experience und jetzt bin ich hier. Warum denkst du, ich bin allein? Weil Menschen, die alleine reisen, meistens auf der Suche sind. I see nobody. Sorry. Es ist so ruhig. Berlin war mal berühmt für seine leer stehenden Häuser. Ich möchte gerne bleiben. Erst ich dachte, ich komm nicht mehr rein und dann, ich kann die Tür nicht aufmachen. Der Schlüssel. Hast du es nicht hier gelassen? Nächstes Mal fessel ich dich ans Bett. Es wird dich keiner hören. Du hast gesagt, du willst bleiben. Up in the door! Ich hab deiner Mutter für dich getextet. Du hast dir geschrieben, dass alles okay ist bei dir. Ich bin aber nicht okay. Du könntest machen so viele Dinge. Ich will aber nur das hier machen. Du bist nicht normal. Was wäre das Schlimmste, das ich dir antun könnte? Was wäre das Schlimmste? Was wäre das Schlimmste? Keine Sorge. Ich würde es nie machen. Wie läuft es zwischen uns? Von eins bis zehn. Vielleicht sieben. Und dann? Aber da rua might兩 Vielen Dank.